Hallo Parkplatz! Wer bist du? Wie ist dein Name? Ich heiße Parkplatzi! Hallo Parkplatzi! Wollen wir Freunde sein? Ja, bitte! Guck mal, da sind kaum Zombies. Und da sind wir wieder bei Project Zomboid. Die Fahrt geht weiter. So, pass auf. Wir haben jetzt hier das Auto. Ich will jetzt mal wissen, ob die Karte jetzt neu geladen hat oder nicht. Wir sind gestorben hier, ne? Okay, warte mal, dann müssen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ich glaube, ich muss die Straße oben wieder nehmen. Wir haben das Auto hier geknackt und ja, jetzt geht's weiter. Knacko... Knacko mal, das Autige. Also es ist ein sehr cooles Auto. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Wir müssen jetzt mal ein Stück geradeaus. Guck mal, hier ist eine Feuerwehr. Der ist ja gar kein Zombie. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, wir haben Benzin. Ich weiß nicht, wie der Motor aussieht, tatsächlich. Hatte ich reingeguckt? Äh, Radiosender. Ich will keine Leichen treffen. Äh... Und dann treffe ich auch direkt eine Leiche. Okay, jetzt wird's kritisch. Jetzt müssen wir hier mal abbiegen, weil ich komme zu tief ins Zentrum. Okay, der nächste links. Geht weg! Ah, oh nein! Jonathan. Ich wusste genau, dass der Jonathan heißt. Ach du Scheiße! Der ist jetzt natürlich super. In der Stadt. Oh, Alter! Habt ihr gesehen, wie viele Zombies da in dem Haus sind? Mann, ey! Ist aber bald gut. Alter, noch eine Sperre. Boah, Alter! Guck mal, die ganzen Karren! Okay, ähm... Da bin ich gestorben, ne? Ich glaube, ich muss aus Louisville raus. Ich weiß nicht, ob ich das mit den wandernden Zombies überlebe. Ich habe ja ein paar Verstecke, die ich plündern muss, also... Ja, hier haben wir einmal... Pass auf! Pass auf, pass auf! Wir machen es folgendermaßen. Ich locke die hier hoch. So, das ist unser erstes Versteck, da ist das Zombie-Virus. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Dass ich irgendwie hier hin lotse. Jetzt fahre ich mal eine extra Runde. Ah, jetzt hören die mich noch alle. Ach du Scheiße! Ja, es ist... Es läuft noch! Das wusste ich gar nicht. Wo bin ich? Bin ich tot, oder bin ich jetzt hier ein Zombie? Ich sehe mich nicht. Das da bin ich glaube ich nicht. Das doch, das könnte sein... Jetzt muss ich irgendwo einen Ort finden, wo ich das Auto hinstellen kann. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Ich meine, hier hinter war eigentlich gar nicht so... Das ist so verseucht, ne? Oh, guck mal, was ist das denn hier für ein Parkplatz? Hallo Parkplatz! Wer bist du? Wie ist dein Name? Ich heiße Parkplatzi! Hallo Parkplatzi! Wollen wir Freunde sein? Ja, bitte! Guck mal, da sind kaum Zombies! Jetzt bitte nur eine ganz kleine Einfahrt. Komm schon, komm schon! Alter, bis jetzt sieht's gut aus. Ich kenn den Parkplatz nicht. Ich kenn mich ja sowieso hier nicht so gut aus. Alter, guck mal, ganz kleine... Ja? Ah, schade. Naja, man darf ja hoffen. So, jetzt parken wir hier. Wir lassen den Schlüssel stecken. Okay. Ich bin ein bisschen nackig. Ja? Das kann mal vorkommen. Ich habe die Schaufel. Alles andere bleibt hier. Jetzt gucken wir mal, wie viele jetzt... Ach, was hat der denn an? Ach, das ist ein Haar. Entschuldigung. Es tut mir leid. Wollte nicht, ähm... Benzinkanister. Jetzt gucken wir mal, wie viele Zombies kommen. Vielleicht überleben wir das ja. Ja, so viel dazu. Nein, 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 nein. Okay. So kann ich nicht arbeiten. Wie weit Zombies? Vielleicht... Vielleicht muss ich erstmal... Ich weiß auch nicht. Wir bleiben erstmal nochmal hier. Vielleicht finde ich ja noch eine Brechstange in einem Auto oder so. Also, die Waffe ist scheiße. Die braucht zu lange zum... Zum Hitten. Ich guck mal nach was anderem. Das ist eine Vorhängetasche, aber das brauchen wir jetzt alles nicht. Vielleicht finde ich das hier an meiner Leiche. Ne, Kreuzflüsse. Ähm, Müllsack. Ähm, wir haben Schmerzen. Ich musste den Verband bestimmt wechseln. Ja. Scheiße. Komm schon. Tja. 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 Zeitung nehmen wir auch mal... Eine Handtasche? Oh, die steht mir bestimmt echt gut. Okay, so jetzt müssen wir mal den Verband wechseln. Ich glaub ich hab da noch was, ne? Nein, hab ich gar nicht. infiziert, äh, gekratzt, blutend. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Also, ich weiß ja nicht, ob ich so ein Tanga anziehen soll. Oh ja, das ist gut. Oh, das ist jetzt natürlich echt praktisch. Es ist immer noch die gleiche. Pflaster schrauben. Ist ein Pflaster. Ist besser als nix. Ist ja nur ein Kratzer, dann ist ein Pflaster auch okay. So, desinfizieren. Pflaster drauf. Hello Kitty, bitte. Dankeschön. Sehr gut. Infiziert nicht. Ah, Bleirohr. Ah, okay. Ist fast kaputt. Reisetasche. Auf den Rücken tragen. Das ist gut. Erste Hilfe, Kassen. Können wir jetzt direkt Verband anziehen. Guck mal, Infizierung ist weg. So schnell geht das. Okay, ähm, Werkzeugkästen. Zwei Stück. In einem einen sind Schrauben drin. Also, das muss ich mir merken. Ah, gut. Ach, scheiße. Ich darf nicht allen Zombies jetzt hier rauflotsen. Ich meine, jetzt habe ich hier gerade Ruhe. Okay. Jetzt versuche ich erst, bringe ich erst mal Sachen zum Auto. Ja. Okay. Also, die Schaufel bleibt hier. Die können wir nicht gebrauchen. Schere, Zeitung. Die Alkoholtopfer nehmen wir mit. Und das Pflaster. Ich weiß ja nicht. Sonst haben wir hier gar nichts. Okay, ähm, gut. Ja, wir sind bereit. Beförderung. Was ist denn da drin? Pinzette. Naja. Ich werfe den Schraubzieher mal am Boden. Okay. Wir sind voll der Freshman hier, ne? Okay. Und los. Okay, hier ist dieser Parkplatz, wo ich, äh, Zombies killen wollte. Nein! Kein Autogramme! Ich bin voll gebucht heute! Voll ausgebucht! Dann laufen wir lieber hier lang. Wie sieht es aber komisch aus? Ja, ich muss was trinken. Ich müsste eigentlich mal so eine Abkürzung laufen. Boah, dass die sich alle so bewegen, ist übel. Das war eine super Idee. So eine super Idee. Müssen wir schnell laufen hier. Okay, komm, wir rufen die mal. Hey! Das kommt beim nächsten Update auch, ne? Voice, Voice-Over und so. So, und jetzt? Machen wir mal eine extra Runde. Ich gehe mal ein bisschen. Gut. Boah, das war jetzt knapp. Der wollte gar nicht rüber gehen. Genau, kommt alle. Kommt ihr Lappen! Frisch Fleisch! Wackel, wackel mit dem Popo. Komm, ich muss doch hier irgendwo eine Trink... Ach, okay. Ich hab schon auf. Ich geb schon auf. Okay. Dann gehen wir jetzt... Jetzt gehen wir hier raus. Ich meine, ich kann noch... Okay, hier ist das Haus. Ich würde gerne versuchen, zur ersten Wohnung zu kommen, weil ich glaube, das wird fatal enden, aber... Guck mal, wir sind außer Booster 1. Außer Booster 1! Ja, irgendwann werde ich schon Pause machen können. Ich werde bestimmt gefressen. Okay. Wir schaffen das schon. Ich wusste gar nicht, dass man zu seinem alten Leichnam kommt. Das ist natürlich... Ich dachte, beim Single-Pair wäre das so fatal. Ja, eine Gabel. Kann man nicht gebrauchen. Jeder nur ein Kreuz. Nicht drängeln. So, wenn ich jetzt nicht über den Zaun komme, dann bin ich tot. Ja, ich wollte es nur spannend halten, ne? Kennt mich doch. Spann mal, der Spannige. So, nochmal. Und los. Geht doch. No risk, no fun, bitches. So, ich hab nicht viel Zeit. Oh, nee, sag nicht. Okay. Plan B. Oh Gott, das war's. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Nein, das war so dämlich. Oh, guck mal hier. Oh. Das wird nix. Okay, das wird nix. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ich hab ein Pflaster für meine gebissene Wunde. Oh Mann, das war's. Ich will doch nur an den Zombie-Virus dran. Raus aus meinem Haus. Ja, wir haben ja, wir sind gerade gespawnt und wir haben den, 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 äh, Schlüssel stecken gelassen. Das ist schon mal gut. Kommt hier runter. Die bleiben dann da oben, ne? Die Säcke. Okay. Ich muss aber an das Gegenmittel kommen. Okay. Wie lange kann ich hier aus, auspusten? Es wird schon. Keine Sorge. Keine Sorge. Nein, Jonathan. Okay, nochmal. Wo war der Parkplatz jetzt nochmal? Ähm. Wo war ich jetzt nochmal? Okay, dann gehen wir hier rein, rein wieder. So, wir haben den ja abgespeichert, oder? Den, ja, sehr gut. Aber ich hab vergessen, den Sortierer reinzunehmen, ja? Also, wir sind Alki, aber, ich überlege, ob ich den Alki nehmen soll. Nein, wir nehmen den Alki, das ist gut. Oder auch nicht. Ich meine, ich kann auch auffällig nehmen. Die sehen mich doch sowieso alle. Ich weiß ja nicht. Oh nein. Nein, ich weiß ja nicht. Egal, machen wir so. Alter, mal Gott weiter, los geht's. Da bin ich schon am rumlaufen, habt ihr gesehen? Okay, so. Also. Hä, ich seh mich gar nicht. Bin ich jetzt genau bei dem Parkplatz rausgekommen? Da bin ich. Okay. Jetzt durchsuchen wir erstmal das Haus. Okay. Ich glaube, wir müssen mit dem Auto an die Küste. Zu einem von diesen Häusern hier. Äh. Was ist das hier? Ist das das Krankenhaus? Ne, warte. Was ist das denn für ein Gebäude? Das ist doch das Krankenhaus. Aber was ist das hier für ein Gebäude? Ach du Scheiße. Was war das denn? Äh. Jetzt mein Gehirn aber echt. Das ist eine große Fabrik, oder? Ja, ich glaube, wir holen das Auto und, äh, düsen mal hin. Oh, sehr gut. Dosenpfirsiche. Und wir trinken direkt schon mal was. Sehr gut. Okay. Jetzt gehen wir mal kurz hoch. Ich meine bescheuerten Klamotten. Ich brauche einen Rückzugspunkt. Das ist wichtig. Aber es ist eigentlich schon doof, dass die, äh, Karte bleibt. Eigentlich. Hammer. Oh, sehr schön. Damit kann man anfangen zu arbeiten. Die Jacke ziehen wir auch an. Die ist ein guter Schutz. Sehr schön. Also, wir hören, wenn, erst auf, wenn ich, ne, ne, erfolgreiche Runde habe und dann gefressen werde. Ne, also ich sollte schon irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so saubere 10 Folgen mindestens überlebe. Und dann sterbe. Aber halt so kurzfristig in, 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 nach, in, nach drei Folgen oder so. Das ist ja langweilig. Oh, warte Scheiße. Kommt die jetzt hier rein? Ich kann jetzt auch keine, nicht anfangen Bücher zu sammeln oder so. Wir können, ne, wir haben Zeit. Wir lassen uns erst mal jetzt ein bisschen trainieren hier. Das Auto ist ja leicht zu erreichen. Und ich muss jetzt auch nicht mehr zu meinen alten Sachen. Weil ich bin ja nicht gebissen oder gekratzt worden. Oh, boah. Bitch. Meine Güte. Hat der Alkoholiker irgendwelche Einbußen? Ne, hat er nicht. Braucht nur Alkohol. Ich werde halt panisch und kriege Kopfschmerzen und so. Der kriegt halt den Danach-Kater. Den, äh, trinkt nicht-Kater. Oh, sehr gut. Ja, dankeschön. Äh, Stangely True. Äh, Erste Hilfe. So, Magazine nehme ich mit die Wegen. Nichts, aber sonst. Ich muss mich zusammenreißen. Okay, jetzt haben wir auch Verbände. Weiß nicht, ob Parfüm auch Runden desinfiziert. Oh, das ist aber eine schöne Küche. Guck mal. Nehmen wir auch die trockenen weißen Bohnen mit. Nehmen wir auch mit. Boah, hier ist echt viel, ne? Was ist das für ein Geräusch? Wer ist denn jetzt mal die Dose mit Sardinen? Sehr gut. Das Saftpäckchen nehmen wir auch mal mit. Und die frische Milch. Und das und dies und... Oh, ich bin überladen. Ich weiß gar nicht, warum. Gehen wir mal nach oben. Okay, es wird schon, ja. Also, wie gesagt, wenn ich sterbe, wenn ich gerade spawne, dann ist... Und ich mich katastrophal verhalte, dann ist das... Liegt das nur daran, dass ich halt weiß, ah, ist egal, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich probiere aus, irgendwie Sachen zu kriegen oder wieder zu kriegen oder irgendwas zu machen. Dann riskiere ich schon mehr. Äh, Bricks Shirt. Aha. Was ist das denn? Mustang Utility Gloves. Kann aber nichts. Slim Fit Suit Jacket. Was auch immer. Slim Fit Suit Jacket. So, man muss Sachen hinzufügen, die... Oh, Schmerzbilden. Dankeschön. Wenn wir keinen Alkohol haben, haben wir Schmerzbilden. Baseballschläger. Ich danke dir, lieber... Oh, hier, nochmal Bandit Trenchcoat. Dann nehmen wir doch den lieber nochmal, obwohl er scheiße aussieht. Muss ich aber ein paar andere Sachen mal, äh, weglegen. Klamotten-technisch. Ja, jetzt ein Rucksack wäre schön. Aber ich werde ja hier wohl noch einen finden in den Häusern. Und dann nehme ich jetzt erstmal den Basie. Und, äh, wenn ich dann Panzertape finde, kann ich den immer reparieren. Nicht immer, der geht irgendwann kaputt. Aber hier ist echt wenig, ne? Ich brauche eine Einfahrt, die ich mit einem Auto versiegeln kann. Nein, dann habe ich Ruhe. Komm schon, ich brauche Alkohol. Ich mache das jetzt noch nicht kaputt. Ich kann nicht ja hier rein. Ach, komm, das hast du doch gar nicht gehört. Oh Gott. Okay. Ist doch merkwürdig. Toll, jetzt die ganze Hauswand dreckig, ne? Gibt das hier eigentlich als ein Haus? Wenn ich einen Schlüssel darin finde, gilt das doch für alle Häuser. Jetzt reicht's. Mal gucken. Ach, ne. Ich, ich lasse es noch. Ich hau noch nicht drauf. Meine Güte. Was ist denn los? Weil auf der anderen Seite könnten ja voll die, die untoten Horden sein. Aber hier drin ist halt auch nichts. Komm, wir gehen erstmal hoch. Vielleicht finde ich oben direkt den Ruck. Ich habe ja immer noch Hotpants an. Hotpants. Hotpants mal. Ich glaube, da ist auch nichts. Ich glaube, die sind alle oben. Das wäre natürlich echt praktisch. Dass die da hochmigriert sind. Brejas Cardigan. Nimm mir die Baggy Jeans. Immerhin. A bit of protection. Schraubenzieher. Guter Zustand. Dankeschön. Ja, schön. Bandage nehmen wir. Okay. Wir gehen erstmal weiter. Okay. Okay. Ich hätte wohl irgendwas finden. Also looten und rumschleichen ist am coolsten. Und ein paar Zombies füllen. Wenn es zu viele sind, dann ist es nur stressig. Aber so ist es nun mal in so einem Beut. Oh, das sah gut aus. Erst du haltest Uniform. Na gut, ich nehme alles zurück. Ja, ja. Hauptsache es ist sexy Klamotten, ne? Ach ja. Computerspiele. Wir haben ja alle unsere Bedürfnisse. Aber ich stehe eher auf das strenge Lehrerin-Zeug. Okay, jetzt gehen wir zum anderen Haus. Okay, da kommt einer. Eine Cowboyin. Oh, ein Waageheber. Das muss ich mir auch merken. Hat man, glaube ich, noch nicht gesehen. Dankeschön. Ich habe eigentlich V, Shift-V, St-V. Äh, quasi Inventar ausblenden. Für Screenshots. Aber das geht irgendwie nicht. Meine Güte. Komm, wir probieren es mal. Okay, es ist schon lauter geworden. Okay, da gehen wir nicht durch. Okay, es sind mehr. Aber bewegen tut sich da doch nicht viel. Ach, da sind echt viele Wohnungen hier. Ich habe es schon gehört, du wunderschöne Bewohnerin. Oh. Habe ich eine Schere dabei? Nee, ne? Aber wir wissen ja, wo es Lederzeug gibt. Naja, ich darf nicht zu viel hoffen. Okay, nächstes. Mein Gott, Walter. So, guck mal, jetzt bin ich im Haus, aber von hier. Das ist die, wo die Tür eben gerammelt hat. Öh, gerammelt. Okay. Jetzt mal die Horte Sportlerin mal rein. Ach, schade. Naja. Jetzt gehen wir mal hoch. Ich glaube, hier oben ist auch noch einer drin. Also, wenn man bannern will, dann nie nachts. Oder wenn du eine Handgelenkverletzung hast. Ripped Tides. Okay. Es kann sein, dass da irgendwo ein Rucksack ist, aber ich den nicht erkenne, weil es ein neuer ist. So ein neues Bildchen. Von der Mod. Ne Bienimütze. Die ziehe ich mal an. Schon wieder ein Hammer. Jetzt haben wir aber genug Hammer. Erstmal. Ich meine, die Taschenlampe könnte ich... Ah, hat sich verbunden. Hat aber nicht mehr gereicht. So, alles nur keine Überraschungstüte, bitte. Wunderschön. So wie ich. Dann ziehe ich mir die auch mal an. Ist der Wecker gestellt? Nein. Stockings Suspender Belt. Schlafanzug. Ja. Hilft uns aber leider nicht. Jetzt gehen wir in die oberen Häuser holen, die noch nicht aufgingen. Obwohl, wir haben ja hier noch mehr. Da waren wir drin. Jetzt gehen wir in das hier. Hatte, wer die ganzen Häuser eingerichtet hat, ne? Gut, ist ja viel random, aber... Brot, Erdmussbutter, frisches Brot, frische... Und Marmelade. Kann man echt gut mit Brote schmieren. Wenn da direkt schon alles ist, dann nehme ich das auch mit. Ach, komm schon. Ne, sorry. Oh, großer Wanderrucksack. Geht doch. Hab ich nicht gesehen. Na endlich. Und ein Baseballschläger wieder. Der kommt auch direkt dahin. So. Jetzt wollen wir erstmal alles darüber. Hammer kriegt Favorisierung, damit wir den nicht aus Versehen... Ne? Dingseln. Geht doch. Wir haben einen Rucksack. Wir haben es überstanden. Nichts da, Freundchen. So, was haben wir denn da? Hammer, äh, Säge haben wir ja irgendwo. Ich nehme ja nochmal einen... So, jetzt haben wir Schrauben und Zierer. Hammer, Säge. Mehrere Hämmer, ne? Aber... Ist immer nie genug. Können wir auch hier schön Magazine mitnehmen. Aber Generatoren können wir auch nicht... Ich hätte Generatoren-Dingens lernen sollen. Ich vollidiot. Da ist einer unten im Wohnzimmer. Kochmagazin. Ausgabe 1. Weil hier so wenig los ist... wäre ich eigentlich blöd. Oh, Alter. Ich fasse es nicht. Eine Generatoren-Betriebsanleitung. Oh Gott. Es gibt einen Gott. Muss ich ja jetzt nicht lesen. Aber ich lasse es auf jeden Fall hier. Das ist ein Leichnam, zu dem man immer zurückkehren sollte. Ein Comic-Heft für schwere Zeiten. Okay, ich fange mal ein Licht an. Schön, waren die alle im Urlaub. Oh, Make-up. Warte mal. Was nehmen wir denn? Das kann man jetzt... Ganzes Gesicht. Ich will so ein... Hier. Genau. William Wallace. Beklar. Wallace. Ja. Frisch-Joghurt. Ja, was soll's. Wir können alles. Okay. Aber läuft doch. Das macht Spaß, oder? Ein bisschen Plündern. Ein bisschen Freude. Okay. Achtung. Bandit, Jacket, Hoodie. Ich würde gerne wissen, was besser ist. 30, 30. Komm, wir gucken uns die mal an. Ist das die gleiche? Ist doch der... Ist das das Gleiche? Und überall, äh... Strapsenhalter. Ah, es gibt Prioritäten. Antibiotika. Oh, sehr schön. Noch ein Rucksack. Nee. Aber... Nee, verbraucht er... Ist egal. Klebeband brauchen wir. Egal, ich nehme den... Jawohl, lassen wir es. Nichts. Nehmen wir alle mal mit. Dein Doppelmagazin kann ich ja dann immer noch wegwerfen. Hier ist nichts mehr. Gut, liebe Leute, ich bin leider am Limit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Project Zomboid. Ich glaube, ich muss mal schlafen oder so. Wir schauen mal. Also, bis zur nächsten Folge. Ihr seid die Besten. Und bis dahin wieder mal haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.